Herzlich Willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und doch liegt es uns am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unseren Patienten Herrn Weber und seinen behandelnden Oberarzt Herrn Dr. Reimold. Guten Tag zusammen. Hallo. Herr Weber, der 21. Februar 2021, also vor ca. einem halben Jahr, dieser Tag wird Ihnen immer in Erinnerung bleiben. Sie kam mit wehenden Fahnen und Blaulicht zu uns in die Klinik. Können Sie sich daran erinnern, wie Ihre Beschwerden begonnen haben und was es genau damit auf sich hatte? Welche Beschwerden hatten Sie? Ja, daran kann ich mich wunderbar erinnern, weil sowas hat man nicht so häufig im Leben. Es war eigentlich so, dass wir bei meinen Kindern in der Gartenarbeit waren und nach getaner Arbeit haben wir dann gesagt, wir bestellen uns jetzt was zu essen. Ja, dann wurde es 20 Uhr, die Kinder gingen zu Bett und wir als Männer natürlich etwas später und dann ging es im Grunde los, dass ich mich unwohl fühlte. Habe das allerdings dann auf das Essen geschoben, wie man das so gerne macht. Ich dachte, naja, es war Fisch, muss ich dazu sagen. Vielleicht war da was nicht in Ordnung. So, dann konnte ich nicht einschlafen, habe mich immer noch unwohl gefühlt und bin dann durchs Haus gegangen, von oben nach unten, weil ich dachte, naja, vielleicht geht das ja noch. Ja, und nach vier Stunden durchs Haus gehen, habe ich dann langsam Druck auf der Brust verspürt und, ja, Schweißtropfen im Grunde auf den Kopf. Der immer so viel verspürt wurde, Schmerz im linken Arm, der war nicht da, deswegen habe ich da lange nicht geschaltet. Ja, und irgendwann war es dann so, dass ich mir nicht mehr zu helfen wusste und habe dann um Hilfe gerufen und mein Schwiegersohn hat dann sehr schnell erkannt, was da wo los war und hat dann den Notarzt gerufen. Das war das, so wie ich mich daran erinnere. Und darf ich kurz fragen, wie alt Sie sind? Ich bin 62 aktuell noch. Also das ist im Grunde genommen so das klassische Alter. Männliches Geschlecht, 62 Jahre. Wann haben Sie zum ersten Mal daran gedacht, dass Sie einen Herzinfarkt haben könnten? Ja, im Grunde als der Druck auf der Brust zunahm oder ich ihn bewusst gemerkt habe, vorher ging es eigentlich. Da dachte ich nur so, irgendwas ist im Magen nicht in Ordnung. Und dann kam wirklich dieses, ja, vielfach beschworene Band am Oberkörper dazu. Und das wurde dann immer, ja, immer enger, sage ich mal. Und da habe ich dann gedacht, das kann eigentlich nicht mehr durch Essen ausgelöst sein. Und kam das aus heiterem Himmel oder hatten Sie die Tage vor der Gartenarbeit auch andere Beschwerden? Keinerlei Beschwerden. Nun muss ich dazu sagen, als Risikogeschichte, dass ich eben stärker Raucher war bis zu dem Zeitpunkt und auch deutlich übergewichtig. Und das wahrscheinlich die letzten 20, 30 Jahre. Ja, damit kommen einige Risikofaktoren zusammen. Natürlich. Herr Dr. Reimold, das klingt nach einem Nachteinsatz. Wie muss man sich das vorstellen? Sie sind interventioneller Kardiologe. Da kommt ein 62-jähriger Familienvater mit Luftnot in einem kritischen Zustand in eine Klinik. Was ist da das Nächste, was passieren muss? Wie wird die Diagnose Herzinfarkt gestellt? Also bei Herrn Weber war das damals relativ eindeutig. Das hatte bereits der Notarzt vor Ort gestellt anhand eines EKGs. Da hat er eindeutige Veränderungen gesehen. Und zusammen mit den geschilderten Beschwerden ist Herr Weber bereits als möglicher Infarktpatient in unserer Klinik angekündigt worden. Unterwegs kam allerdings dann erschwerend hinzu, dass auf dem Weg in die Klinik Herr Weber zusätzlich Atemnot entwickelte, sodass zwischendurch sogar eine künstliche Beatmung erforderlich war. Er kam also sozusagen schon nicht mehr wach, sondern in einem praktisch künstlichen Koma und maschinell beatmet an. Und vor Ort hat man nochmal orientierend einen Ultraschall vom Herz gemacht, hat gesehen, dass die Herzfunktion stark eingeschränkt ist und hat zusammen mit dem EKG-Befund eine sofortige Herzkatheter-Untersuchung veranlasst. Herzkatheter, das klingt so wie so eine richtige Operation. Wie muss man sich das vorstellen? Was machen Sie und wofür ist das gut? Also im Grunde ist es in erster Linie eine Röntgenuntersuchung, die uns die Blutversorgung des Herzmuskels zeigt. Bei einem akuten Herzinfarkt kommt es zu einem plötzlich aufgetretenen Verschluss der Durchblutung am Herzmuskel, sodass der seine Funktion nicht mehr ausführen kann. Und um das behandeln zu können, muss man zuerst feststellen, welches Gefäß oder welche Gefäße betroffen sind. Dazu brauchen wir die Herzkatheter-Untersuchung. Da wird minimalinvasiv, es ist keine Operation, es ist eine transkutane Prozedur, wie man sagt. Das heißt, man punktiert am Handgelenk oder an der Leiste, die Schlagader, schiebt da einen dünnen Plastikschlauch entgegen des Blutstroms das Gefäß entlang. Das ist völlig schmerzlos und kann dann über diesen Katheter ein Röntgenkontrastmittel injizieren, was man im Röntgenfilm sehen kann und eben so genau analysieren, wo liegt das Problem. Der große Vorteil ist, dass man im zweiten Schritt im Rahmen von dieser Untersuchung diese Engstellen auch wieder öffnen kann. Dazu schiebt man einen dünnen Draht über diesen Katheter in das verschlossene Gefäß rein. Über diesen Draht führt man einen kleinen Plastikballon vor, der aufgeblasen wird, das Gefäß dehnt. Und anschließend, um das Gefäß offen zu halten, wird ein sogenannter Stent eingesetzt. Ein kleines Metallgitterröhrchen, das bleibt in dem Blutgefäß zurück und hält das wie ein Gerüst offen. Bei Herrn Weber muss man allerdings sagen, hat es sich um einen sehr schweren Befund gehandelt, denn eines der drei Herzkranzgefäße war komplett verschlossen und das war das wichtigste Gefäß, das die Vorderwand versorgt. Und das war auch relativ weit oben am Abgang betroffen. Das heißt, es war praktisch die Blutversorgung der gesamten linken Herzkammer kurzzeitig unterbrochen. Das klingt nach einem richtigen kritischen Zustand, einem sogenannten kardiogenen Schock. Unter den interventionellen Kardiologen, also denen die Stents schieben, wird dieser Verschluss auch Witwenmacher genannt. Und deshalb haben sie sich auch entschlossen, ein Kunstherz zu implantieren, das das Herz entlastet und tatsächlich die Stents dann mit blut- und sauerstoffreichem Blut versorgt. Jetzt sind sie ja nicht nur interventioneller Kardiologe, sondern Experte in Heidberg für das Thema Defibrillator. Jetzt ist es so, dass die Herzkraft mit Medikamenten unterstützt wird, aber welcher Patient bekommt nach so einem Infarkt einen Defibrillator und welcher nicht? Also es bekommt eigentlich kein Patient direkt nach einem Herzinfarkt einen Defibrillator, weil man weiß, dass der Herzmuskel ein gewisses Potenzial hat, sich zu regenerieren bzw. die Herzleistung kann sich wieder verbessern. Man weiß, dass Menschen, die eine Herzschwäche haben, die bis zu einem gewissen Grad geht, ein erhöhtes Risiko für den sogenannten plötzlichen Herztod haben. Das heißt, dass aus heiterem Himmel eine lebensgefährliche Herzrhythmusstörung auftreten kann, das sogenannte Kammerflimmern, die praktisch mit einem Herzstillstand gleichzusetzen ist. Und Menschen, die eben dieses Risiko direkt nach einem Herzinfarkt haben, aufgrund einer schwer eingeschränkten Funktion der linken Herzkammer, wie auch bei Herrn Weber das der Fall war, die versorgen in erster Linie zunächst mit einer sogenannten Defibrillatorweste. Das heißt, es wird kein Gerät implantiert, sondern diese Menschen, die bekommen eine Weste, die Defibrillator-Elektroden eingenäht hat und mit einer Batterie verbunden ist, die dann immer mitgeführt werden muss. Und diese Weste hat die gleiche Funktion wie ein implantierbarer Defibrillator. Diese Weste kann erkennen, wenn lebensgefährliche Herzrhythmusstörungen auftreten und kann einen Elektroschock auslösen. Und zwar sofort das, was auch im Notfall einen hinzugezogenen Notarzt machen würde, nur eben in dem Fall eventuell 10 bis 15 Minuten später, dann kann es schon zu spät sein. Deswegen haben wir das auch bei Herrn Weber gemacht. Er ist damals mit dieser Weste nach Hause gegangen und ist damit auch gut klargekommen. Es ist natürlich eine Einschränkung im Alltag. Man sollte sie so viel wie möglich tragen, so lange wie möglich, möglichst durchgehen. Und in dieser Zeit möchte man den Medikamenten erstmal die Zeit geben, dass das Herz entlastet wird, dass der Herzmuskel und vor allem die Pumpfunktion sich erholen kann. Und unter regelmäßigen Ultraschallkontrollen kann man dann im besten Fall sehen, dass sich die Herzfunktion so weit erholt, dass das Risiko für plötzlich auftretende Herzrhythmusstörungen so gering ist, dass diese Menschen keinen Defibrillator brauchen. Bei Herrn Weber war es jedoch so, dass auch nach der Reha, auch trotz Optimierung der Medikamente, trotz absoluter Besserung der körperlichen Belastbarkeit, war es eben noch so, dass die Pumpfunktion des Herzens sich nicht über diesen Grenzwert erholt hat, bei dem man sagt, dass man auf der sicheren Seite ist. Und man hat zudem gesehen, diese Defibrillatorweste, die funktioniert auch wie ein EKG, die kann Rhythmusstörungen aufzeichnen. Und diese Aufzeichnungen haben gezeigt, dass immer wieder kurze Phasen von Vorläuferrhythmusstörungen aufgetreten sind, sodass wir uns entschieden haben, dann am 30.06. Herrn Weber doch mit einem implantierbaren Defibrillator zu besorgen. Das ist ja spannend. Vielen Dank, Herr Dr. Reimund. Gerne. Herr Weber, jetzt haben Sie so einen Spezialschrittmacher und Sie erzählten, dass Sie körperlich aktiver, liebevoller Familienvater sind mit Gartenarbeit und all dem. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie kommen aus der Reha, haben so einen Herzinfarkt erlitten mit der Weste oder Sie kommen nach einem halben Jahr aus der Klinik mit so einem Defibrillator. Nehmen Sie wieder voll am Leben teil. Wie ist sozusagen Ihre Wiedereingliederung? Ja, also ich bin im Grunde noch mittendrin. Jetzt dadurch, dass das Implantat erst seit drei Wochen drin ist, habe ich noch so ein bisschen Probleme mit der Brustmuskulatur. Das heißt, den Kasten Wasser würde ich jetzt nicht hochheben und leider durch, ja, auch durch die eingeschränkte Bewegung, die ich in der letzten Zeit oder überhaupt allgemein hatte, sind ja die Muskeln ein bisschen, ich würde nicht sagen verkümmert, aber die Leistung ist nicht mehr da. So als Beispiel, ich habe neulich einen Spaziergang machen wollen. Gut, das Wetter war warm, aber ich habe alle 50 Meter dann mal innehalten müssen, weil einfach die Kraft da nicht reichte. Fühle mich aber sonst sehr wohl im Moment damit. Und haben Sie den Eindruck, dass Ihr Alltag eher besser wird, wenn Sie das vergleichen mit zum Beispiel dem Aufenthalt auf Intensivstationen und Normalstationen? Also werden Sie von Woche zu Woche im Verlauf, wird Ihr Zustand sich, bessert er sich? Auf jeden Fall. Das kann ich durchaus sagen. Wenn mein persönlicher Schweinehund mich nicht gebremst hätte, wäre ich schon früher mit Sportaktivitäten angefangen, was ich jetzt mache. Meine hiesige Kardiologin, die hat mit mir geschimpft, die sagt, Herr Wohnhaupt, spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen erstmal in Schritt eins. Und ich habe mir auch noch so ein Fahrrad geholt, auf dem ich jetzt täglich was mache. Also vormittag spazieren gehen, nachmittags dieses Fahrrad fahren und ich hoffe, dann wird das alles ein bisschen besser. Ja, das hoffen wir mit Ihnen und wir können Ihnen nur Mut machen und Sie machen uns auch im Rückschluss auch Mut, dass wir viele Patienten auch über die Jahre verfolgen, die alle gute Fortschritte machen. Uns war es ein Bedürfnis, einmal zu hören aus Ihrem eigenen Munde, wie es Menschen mit einem solchen schweren Schockzustand und der Notwendigkeit eines Kunstherzens, so wie wir es in Heidberg dann auch implantiert und wieder explantiert haben, zur Überbrückung Ihres schweren Schocks, wie es denen geht. Und es wirkt so, als ob Sie tatsächlich in kleinen Schritten auf dem richtigen Weg sind. Auf jeden Fall. Ja, das freut mich wirklich sehr. Nächste Woche habe ich eine Lehreberberatung und das Rauchen habe ich natürlich sein lassen. Ich wollte Sie nicht unterbrechen, das tut mir leid. Meine Kollegen freuen sich natürlich, dass es Ihnen gut geht und uns ist es ein Anliegen, Ihnen auch vom ganzen Team Nordherz unsere Grüße aufzurichten. Wir freuen uns sehr, dass Ihnen gut geht und wir sind natürlich auch bei Fragen oder irgendwelchen anderen Hilfestellungen für Sie und Ihren Kardiologen da. Wir freuen uns sehr, dass es Ihnen besser geht und wünschen Ihnen weiterhin gute Besserung. Da kann ich nur vielen Dank sagen. Und hoffen, dass Sie noch viele Sommergartenarbeit mit Ihren Kindern und den Schwiegerkindern zusammen verbringen. Also auch im Namen von Herrn Dr. Reimuth, vielen Dank an Sie für die Bereitschaft zu diesem Interview und auch unseren Zuhörenden vielen Dank für das Interesse an den Patientengeschichten mit Herz aus der Sklepius Klinik Nord in Halbberg. Ja, dann sage ich auch vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.